Sie hat über ein Jahrzehnt es überhaupt ermöglicht, dass das zu euch gekommen ist. Und dafür hat sie Dank ihr Leben lang, für immer. Respekt und Dankbarkeit, das sollten die Menschen haben. Denen gegenüber, die wirklich Gaben aus ihrem tiefsten Herzen heraus und nicht wegen Geld oder schnöten anderen Besitztümern.